Wie man mit Hausmittelgammkrankheit zu behandeln Die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen mit Hausmitteln ist möglich und kann helfen, verschiedene Zahnfleischprobleme, wie Gingivitis, Parodontitis und einige andere Probleme zu heilen, die ernst genommen werden müssen. Die Kenntnis dieser einfachen Behandlungen wird Ihnen helfen, eine gute Mundgesundheit zu erhalten. Dies erleichtert auch das Bewusstsein für gesundes Zahnfleisch und Zähne und wie Sie die einfachsten Methoden zu Hause verwenden können. Rät Zahnfleisch Geschwollenes Zahnfleisch Surzahnfleisch Parodontitis ist kein Spaß, und wenn sie unbehandelt, kann es zu ernsthaften Zahn- und systemweite gesundheitliche Probleme. Es gibt Dinge, die Sie auf eigene Faust versuchen können Zahnfleischerkrankungen zu behandeln, aber wenn die Symptome eskalieren und erleben Sie hartnäckige Zahnfleischbluten, besuchen Sie Ihren Zahnarzt sofort. In der Zwischenzeit sehen Sie sich diese Ideen aus, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs zu verbessern. Die Behandlung mit Hausmitteln Stress reduzieren Nach Angaben der Academy of General Dentistry Act, gibt es einen Zusammenhang zwischen Stress und Ihrer Zahngesundheit. Menschen, die unter Stress haben ein geschwächtes Immunsystem, das es schwieriger macht für sie die Bakterien zu bekämpfen, die Parodontitis verursacht und macht sie zu Gummi-Infektion anfälliger. Die Forscher haben auch gelernt, dass nicht alles stressgleich geschaffen wird. In Studien an drei verschiedenen US-Universitäten durchgeführt, Teilnehmer finanziellen Sorgen zu erleben waren für Parodontitis mit dem höchsten Risiko. Machen Sie eine Meersalzlösung Man löst eine kleine Menge an Meersalz in einer Tasse warmem Wasser. Zwisch einen Schluck von der Lösung in den Mund für 30 Sekunden und wieder ausspucken. Wiederholen Sie mehrmals. Salzwasser wird geschwollenes Zahnfleisch zu reduzieren und eine Infektion aus irgendwelchen Abszesse ziehen. Fügen Sie diese Mundspülung auf Ihre zweimal täglich Zähneputzen-Routine. Bewerben Teebeutel Steil ein Teebeutel-Wasser für 2-3 Minuten in kochendem, entfernen Sie sie und lassen Sie ihn abkühlen, bis sie es bequem handhaben kann. Halten Sie die gekühlte Teebeutel auf dem betroffenen Bereich von Zahnfleisch und halten Sie ihn dort für etwa 5 Minuten. Die Gelbsäure im Teebeutel kann effektiv arbeiten, Gummi-Infektion zu lindern. Direkt auftragen der Teebeutel auf Ihr Zahnfleisch ist effektiver als nur das Getränk zu trinken. Außerdem zu viel Tee zu trinken, hat eine Zahn-Nachteil, verfärbt? Tee verfärbte Zähne Reiben Sie auf etwas Honig Honig hat natürliche antibakterielle und antiseptische Eigenschaften, so können Sie es setzen, Sie Ihre infizierten Zahnfleischarbeiten zu behandeln. Sobald Sie Ihre Zähne putzen, reiben Sie eine kleine Menge Honig auf den Problembereich des Gummis. Da Honig hohen Zuckergehalt, möchten Sie vorsichtig sein, Sie nicht über sie anwenden und Ihr Bestes tun, es nur auf das Zahnfleisch zu setzen, anstatt auf die Zähne. Trinken Cranberry-Saft Cranberry-Saft kann Anhaften von Bakterien an den Zähnen verhindern, so versuchen Sie täglich bis 4 Unzen der ungesüßte Saft trinken auf. Machen Sie eine Zitrone-Paste Machen Sie eine Paste aus dem Saft einer Zitrone und etwas Salz. Mischen Sie es gut und gelten für Ihre Zähne. Lassen Sie es für ein paar Minuten sitzen und gurgeln mit warmem Wasser es abzuspülen. Zitronen bieten eine Win-Win-Lösung für Zahnfleischerkrankungen zu behandeln. Erstens sind sie eine Entzündungshemmende, die bei der Behandlung von infizierten Zahnfleisch C nützlich macht. Nicht nur das, sondern Zitronen Vitamin C enthalten, die Ihr Zahnfleischinfektionen abzuwehren helfen kann. Essen Sie mehr Zähreiche Lebensmittel Es ist nicht nur Zitronen, die mit Zahnfleischerkrankungen, aber auch andere Lebensmittel voll von Vitamin C wie Orangen, Trauben, Guave, Kiwi-Mango, Papaya, Paprika und Erdbeeren helfen können. Vitamin C ist ein Ansoxidationsmittel und Ansoxidationsmittel zu finden sind Bindergewebewachstum und die Knochenregeneration zu fördern, die von verschiedenen Gammproblemen betroffen werden kann. Erhöhen Sie die Aufnahme von Vitamin D Vitamin D hat entzündungshemmende Eigenschaften, so sicher, dass Sie genug davon sind immer, wenn Sie versuchen, geschwollenes Zahnfleisch zu heilen und den Zustand verhindern wiederkehrend. Ältere Erwachsene sollten besonders zur Kenntnis dieses Vitamins nehmen. Nach Angaben der National Institutes of Health, höhere Blutspiegel von Vitamin D scheinen zu einem reduzierten Risiko von Zahnfleischerkrankungen bei Menschen im Alter von 50 und älter verbunden werden. Holen Sie sich Ihre Vitamin D fix durch die Sonne mindestens 15 bis 20 Minuten zweimal pro Woche einweichen und der reiche Lebensmittel wie Lachs, ganze Eier, Sonnenblumenkerne und Lebertran zu essen. Pinsel mit Backpulver Backpulver neutralisiert die Säuren im Mund, wodurch die Chancen von Karies und Zahnfleischerkrankungen, es ist also eher eine vorbeugende Maßnahme als eine tatsächliche Behandlung von Zahnfleischerkrankungen. Fügen Sie eine kleine Menge von Backpulver auf ein wenig warmem Wasser und mischen, um eine Paste zu bilden. Verwenden Sie diese Paste Ihre Zähne zu putzen. Gib Tabak Tabak verringert Ihre Fähigkeit, Infektionen und Verzögerungen Heilung zu kämpfen. Tabaknutzer sind eher als Nichtraucher ernsthafte Zahnfleischerkrankungen zu haben, die nicht so gut auf die Behandlung reagiert und das führt zu Zahnverlust. Mit Drogerie Remedies Nehmen Sie einen Zahnprobiotikum. Blutschtabletten, die Lactobacillus reuteripodentis einen freundlichen Bakterien enthalten, die in Darm lebt, werden als eine wirksame Behandlung für Gingivitis angekündigt wegen ihrer Fähigkeit zu helfen, das natürliche Gleichgewicht des Mundes wiederherzustellen, nachdem Sie Mund-Antiseptika verwenden und Mundspüllösungen und Gels, die enthalten Antibakterials. Big Up Coenzym Q10 Coenzym Q10, auch als U-Bichenon bekannt, ist eine vitaminähnliche Substanz, die der Körper Zucker und Fett in Energie umwandeln können. Nach der MEO-Klinik, deuten darauf hin, frühe Studien können zum Q10 durch den Mund genommen oder auf die Haut gelegt oder Zahnfleisch bei der Behandlung von Parodontitis helfen können. Gurgeln mit Listerin oder einem weniger teuren Ersatz mit den gleichen Zutaten, lesen Sie die Etiketten. Mit Ausnahme von verschreibungspflichtigem Mundwasser, ist die Listerin-Formel wurde zur Verringerung von Bleck und Gingivitis die effektivste Mundwasser erwiesen. Es wird empfohlen, dass Sie es für 30 Sekunden zweimal täglich verwenden. Während die ätherischen Öle, die diese Lösung bilden kann, ein brennendes Gefühl im Mund führen, stellen die Menschen oft, um es nach ein paar Tagen regelmäßige Anwendung. Sprühen Sie es auf. Versuchen Sie, die Verwendung eines Sprays mit Chlohexidin, CHX, enthält, eine leistungsfähige antibakterielle mit bleckhemmenden Eigenschaften in Ihre Zahnpflegeroutine. Eine Studie an älteren Patienten, eine Gruppe mit einem Risiko für Parodontitis festgestellt, dass eine einmal tägliche Anwendung eines 0,2% CHX-Spray reduziert Bleck-Akkumulation und Entzündung von Gingivitis verursacht. Gatgen-Gigel Dieses Produkt enthält Hyaluronsäure, eine natürliche Substanz, die in das Bindegewebe des Körpers gefunden. Die Forschung hat gezeigt, dass Hyaluronat hat entzündungshemmende, antiödomatöse und antibakterielle Eigenschaften, die bei der Behandlung von Gingivitis und Parodontitis wirksam sind. Wenn Gingigel zu Zahnfleisch aufgetragen wird, regt es die Produktion von neuen gesunden Gewebe. In Studien an der Universität Rostock, Deutschland, fanden Wissenschaftler es durch die Heilung Gewebe bis zu einer Hälfte steigern kann, die Blutversorgung zu erhöhen und die Entzündung zu verringern. Verwenden Sie einen Teebaumöl-Zahnpasta. Teebaumöl tötet Bakterien. Zahnbelag ist ein Bakterium. So kann Teebaumöl-Zahnpasta helfen loszuwerden Bleck erhalten und Kaugummischmerzen lindern. Sie können auch einen Tropfen Teebaumöl auf Ihre normale Zahnpasta fügen jedes Mal, wenn Sie putzen. Wenn Sie einen Teebaumöl-Extrakt verwenden, sollten Sie es nicht zuschlucken, wie es Magenreizungen verursachen kann, einschließlich Durchfall.